Ja, hallo, freue mich sehr, dass ich heute hier in Dresden sein darf, freue mich sehr über die Einladung. Ich werde euch heute ein bisschen was erzählen über ein Projekt, an dem wir so seit, naja, ungefähr zwei Jahren arbeiten und eigentlich noch mitten im Projekt sind, also es ist noch nicht fertig, es geht noch weiter. Es gibt sehr, sehr interessante Aspekte und kurze Frage vorab, wer kennt vier Pfoten? Ja, okay, vier Pfoten ist eine Tierschutzorganisation, die weltweit operiert und hat dementsprechend ganz schön hohe oder, sagen wir mal, attraktive Anforderungen für ein Projekt und das schauen wir uns heute ein bisschen an. Vorher aber noch kurz zu mir, David Spiola mein Name, ich bin Co-Gründer meiner drei Kinder und einer Web-Agentur in Wien, heißt Web & Co, gibt es seit acht Jahren und versucht immer möglichst gut zu deliveren, wie man schon hört, auch immer mal so mit Edge-Cases dabei und so weiter. Und wir versuchen eigentlich immer state of the art, die Probleme anzugehen, zu denken und zu lösen, weil in der Branche geht eh alles so schnell und das ist eh bald Standard. Das Ganze mache ich in Wien und da wohne ich auch, habe ich jetzt noch geschwind eingebaut, also nur um das Wording gerade zu ziehen, keine Kommune, sondern ein Wohnprojekt. Wir organisieren da mehr oder weniger gemeinschaftlich ein Haus, wir sind 100 Leute, 60 Erwachsene, 40 Kinder und betreiben das Haus mehr oder weniger selber und zwischen der Arbeitsgruppen und so weiter ist ein bisschen so wie eine Open-Source-Community, halt nur lokaler, sagen wir es mal so. Ja, vielleicht kurz ein Witz zum Auflockern, ist, so habe ich mir das rausgesucht, ein Berliner Witz. Wenn die Welt untergeht, dann geh nach Wien, weil dort passiert es zehn Jahre später. Das ist in vielen Dingen, kann ich mir das sehr gut vorstellen und ist auch vielleicht manchmal gar nicht so schlecht, aber es ist auch nicht bei allem so, weil nämlich NEOS in Wien sich immer größerer Beliebtheit erfreut. Wir haben immer mehr Agenturen, die sich damit beschäftigen. Ich organisiere auch die Meetups, es kommen immer mehr Menschen, sie interessieren sich dafür. Es ist in Österreich ein bisschen schwierig, weil es gibt auch eine Partei, die heißt NEOS und da muss man ein bisschen aufpassen, also wenn ich mir so die Meetup-Gruppe anschaue, da sind so 170 Leute, würde ich mal sagen, ungefähr ein Drittel hat sich verirrt. Also da, das passt so gar nicht zusammen, aber das ist okay. War noch keiner da, der sich verirrt hat. Würde mich mal freuen. Ja, bei NEOS geht es für mich um Innovation. Das ist der Hauptgrund, warum ich eigentlich seit Version 1.0 mich damit beschäftige und sehr begeistert davon bin und jetzt mittlerweile seit einem guten Jahr auch Core-Team-Mitglied bin, was mich sehr freut und was eine wunderschöne Aufgabe ist. Aber heute geht es um etwas anderes. Es geht um Vier Pfoten. Das ist eben, wie gesagt, eine Tierschutzorganisation, die vor einer großen Herausforderung steht, so wie viele Unternehmen, und das ist die Digitalisierung. Seine Spenden, also lebt von Spenden, ist eine NGO, Non-Profit Organisation, hat so über ihre Jahrzehnte hinweg sozusagen ihre Geschäftsmodelle gehabt, beziehungsweise ihre Spendenmodelle gehabt und hat dann aber auch erkannt, dass es Zeit wird, sich mit der Digitalisierung zu beschäftigen. Es gab sehr viel Offline-Inhalte, das muss alles ins Web, Social Media, jüngere Zielgruppen, Digital Natives und so weiter. Damit müssen wir uns auseinandersetzen. Und das ist bei einer Organisation dieser Größe schon ein bisschen eine Herausforderung, weil sie operiert weltweit, hat ihr Hauptquartier in Wien, aber auch zehn Länderorganisationen und 15 Tierschutzzentren. Die sind über den ganzen Globus verteilt. Gibt es in Deutschland, gibt es zum Beispiel ein Bären-Sanctuary für Bären, die aus dem Zirkus geholt werden oder aus Privatgefangenschaft. Es gibt aber auch zum Beispiel Lions Rock in Südafrika, wo auch Zirkuslöwen hingebracht werden, damit die dort ihren Lebensabend verbringen können. Und es gibt, wie gesagt, eben auch diese zehn Länderorganisationen. Und Deutschland ist dabei, Österreich dabei, Niederlande, Großbritannien, USA, Australien, über den ganzen Globus verteilt. Da kommt aber noch dazu, dass sie ja themenbasiert arbeiten und sehr, sehr viele Kampagnen haben. Also wir decken momentan nur einen kleinen Teil von Vier Pfoten ab, einen wichtigen Teil. Aber wenn man jetzt nur die Anzahl nimmt, einen kleinen Teil, weil es irrsinnig viele Webseiten gibt von Vier Pfoten-Kampagnen-Webseiten, die mit unterschiedlichsten Systemen in den unterschiedlichsten Ländern von unterschiedlichsten Agenturen entwickelt worden sind. Und das ist ziemlich schwer zu überblicken, was es da eigentlich alles gibt. Ein paar Schwerpunkte vielleicht noch. Bärenschutz machen Sie jetzt gerade sehr viel. Ernährung ist Ihnen sehr wichtig. Startet gerade eine große Kampagne in UK und Deutschland. Pelze auch ein Beispiel. Und auch für mich ein ganz interessanter Fakt, was ich nicht gewusst habe, ist Tigerhandel. Es gibt in Europa Tigerhandel, habe ich nicht gewusst. Sehr spannendes Thema. Die armen Viecher, kann man nur sagen. Auf gut wienerisch. Ja, was decken wir momentan mit NEOS ab für Vier Pfoten? Sieben Organisationen, fünf Tierschutzzentren, vier Kampagnen. Das sind dann circa oder ziemlich genau 65 Editoren, eins bis fünf pro Einheit. Also manchmal fällt das alles auf eine Person zurück, alle Rollen. Manchmal können Sie sich die Rollen aufteilen, wie zum Beispiel in Deutschland und Österreich sind die Teams ein bisschen größer. Wir verwalten im System sechs Sprachen, wobei Deutsch und Englisch in vier Subsprachen untergeordnet sind. Der Klassiker in Deutsch ist jetzt zum Beispiel, in Deutschland ist es der Kloß, in Österreich ist es das Knödel und in der Schweiz ist es das Knödli. Und jeder möchte dann natürlich seine lokale Variante des Contents haben. Du willst aber deswegen nicht gleich drei verschiedene Seiten pflegen müssen, nur weil zum Beispiel auch die Anführungszeichen sind in der Schweiz anders als in Österreich. Und so weiter und so fort, da gibt es einige Herausforderungen. Bei Englisch sind es eher Märkte, also da haben wir US, UK, Australien, Südafrika ist Englisch und noch ein paar mehr. Und wir verwalten damit momentan 3200 Content-Seiten und ungefähr 2600 Assets. Was sind die großen Herausforderungen bei diesem Projekt, wie wir angefangen haben? Also als allererstes einmal eine dezentrale Redaktion kann anstrengend sein. Also anstrengend ist einfach nicht so leicht, wenn alle Leute nicht am gleichen Fleck sind, sondern man braucht irgendwie eine gemeinsame Basis, mit der man arbeiten kann und muss halt auch aufpassen, dass die Leute nicht sich gegenseitig Sachen löschen oder Content doppelt produzieren oder sonst was. Also das ist eine Herausforderung, die zu meistern ist. Es gibt unterschiedliche, also in den Organisationen selber, gibt es unterschiedliche Anforderungen und auch teilweise andere Designs. Das war auch ein Teil, den wir erschlagen mussten. Eine weitere Herausforderung war, dass wir unbedingt einen Content Hub haben wollten. Also sozusagen ein zentrales Knowledge Management für alle Artikel, die für Pfoten produziert. Und dass das dann sozusagen auf einzelne Länderseiten und Sanctuary-Seiten ausgespielt werden kann. Ja, die nächste Herausforderung in dem Sinn, mir ist kein besseres Wort eingefallen, ist Content, autonome Organisationen. Föderalismus könnte man vielleicht auch noch dazu sagen, wenn man politisch werden will. Da geht es sehr stark darum, dass eine Organisation, wie zum Beispiel für Pfoten Deutschland, sehr autonom und auch individuell entscheidet, welchen Content will ich verwenden, welche Assets will ich verwenden, bei welchen Kampagnen mache ich mit. Also das heißt nicht, weil jetzt, wenn jetzt ein Land sagt, wir machen was für Tiger, sagt zum Beispiel das andere Land, das machen wir gar nicht, weil in unserem Land hat das keine Awareness und deswegen machen wir nicht mit. Ja, und noch eine Herausforderung war, ist das organische Entwickeln von Schwerpunkten. Das heißt, sie wissen eigentlich nicht ganz genau, wann ein Thema richtig gut wird. Also die machen wirklich tolle Sachen. Und deswegen haben wir uns, habe ich das mal versucht, hier so ein bisschen aufzuzeichnen. Also wenn es zum Beispiel um Stray Animals, das sind jetzt die Streunertiere, sind, dann ist das so ein Thema, das hat vielleicht so eine Grunderwährenes in einem gewissen Bereich oder einer gewissen Schicht der Bevölkerung. Und dann ist es so, dass plötzlich irgendwo ein Hund oder auch eine Katze, irgendwas Schlimmes passiert. Es kommt ein YouTube-Video online, daraus entsteht ein Blogpost. Aus diesem Blogpost wird dann ein ganzes Thema. Das Thema wird so groß und es interessieren sich so viele Leute dazu, dass daraus eine Kampagne wird. Und schlussendlich vielleicht sogar, wie im Falle von Lions Rock zum Beispiel, dass daraus wirklich eine eigene Instanz, eine eigene Entity gemacht wird, die sich nur darum kümmert, dass diese Tiere auch gut versorgt werden. Das kann jetzt in mehr Richtungen wachsen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, habe ich keine Ahnung, ich starte bei einem Blogpost und dann muss ich ja mal mit den Sprachen internationaler werden, um breiter zu werden, mehr Awareness zu kriegen. Und dann wächst es vielleicht mehr nach oben und sagt, gut, vom Blogpost wird es zum Thema und zur Kampagne. Oder ich komme zu dem Punkt, wo ich sage, ich muss das Thema jetzt nicht, das geht ja nicht nur um Hunde, sondern auch um Katzen. Also das heißt, das muss alles sehr organisch wachsen können. Uns war sehr wichtig, dass der Redakteur nicht das Gefühl hat, oh Gott, ich muss jetzt eine Checklist von 15 Punkten abarbeiten, nur um einen Blogpost zu schreiben, weil der genau in dieser statischen Struktur sein muss. Ja, soviel zum Thema Design. Also wir haben das mit Atomic Design umgesetzt. Kurze Frage, ist das ein Begriff generell? Hände hoch. Ja, also wir haben die ganze Webseite in einzelne Komponenten zerlegt, so wie das auch der Sebastian schon vorhin im Beispiel gezeigt hat, ist das alles in so Fusion-Komponenten zerlegt, wo ich sage, jeder Button und der Hero-Teaser sind jetzt in verschiedenen Molekülen und so weiter zusammengesteckt, damit wir es eben schaffen, über das gesamte Spektrum, das wir da haben, alle Design-Entscheidungen berücksichtigen zu können. Zum Beispiel der Lions Rock hat einen ganz anderen Farb-Thema, Farb-Theme, als zum Beispiel das Arosa-Bärenland, das jetzt zum Beispiel das letzte Sanctuary ist, das eröffnet worden ist. Kann ich übrigens sehr empfehlen, mal hinzugehen. Gibt es auch eins bei Hamburg. Das ist, das fällt es mir gerade nicht ein, tut mir leid. Ja, ich habe vorhin schon davon gesprochen, also da steht es noch Content Pool, wir haben das dann im Endeffekt Content Hub genannt, das Slide ist schon ein bisschen älter, wo es halt darum geht, alle Informationen laufen da zusammen. Und dann haben wir das in drei unterschiedliche Sub-Themen aufgeteilt, also Einheiten, das eine ist eine Organisation, eine Kampagne und ein Sanctuary. Und die wiederum haben natürlich Anschlüsse nach außen, über Social Media etc. etc. Es geht auch sehr stark um Internationalisierung, Duplicated Content vermeiden und dieses ganze Thema. Wie funktioniert das jetzt mit dem Content Hub? Weil ich glaube, das ist jetzt das Spannendste und auch jetzt in Bezug auf NEOS das Interessanteste an dem ganzen Showcase. Im Content Hub haben wir Beiträge, also sogenannte Articles, aber wir haben auch Events da drinnen und Job-Offers und andere Themen, aber bleiben wir mal bei Articles. Die haben einen gewissen Aufbau, genauso wie das der Sebastian vorher gezeigt hat. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an 4 Pfoten Deutschland denke, dann wird dieser Artikel nicht direkt aus dem Content Hub ausgespielt, weil sonst hätte ich ja da eine URL Content Hub 4pfoten.com slash Artikel XY, sondern ich will ja haben 4pfoten.de slash Kampagnen slash waswirtun slash XY. Und deswegen haben wir eine Schnittstelle gemacht zwischen zwei Webseiten eigentlich. Das heißt, der Content Hub ist eigentlich eine eigene Webseite, die im NEOS läuft und 4pfoten ist auch eine eigene Webseite. Und diese zwei Webseiten sind über die API von NEOS, die sehr, sehr gut funktioniert, miteinander verbunden. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auf 4pfoten.de das ausspielen will, dann hole ich mir eigentlich die Daten aus dem Content Hub. Und das kann ich natürlich auch dann mit Österreich so machen, mit Großbritannien so machen und hole mir dann sozusagen die jeweilige Variante aus dem Hub. Also ich habe es auch da oben noch einmal. Eben die Sprachdimensionen, das ist vielleicht ein Konzept, das man noch kurz erklären muss. Man kann in NEOS mehrere Content in mehreren Dimensionen organisieren. Eine, die wir alle kennen, ist Sprache, aber das könnte zum Beispiel auch Zielgruppe oder Markt sein. Und ich habe dann immer eine Variante, eine Dimensionsvariante eines Artikels und eine dieser Varianten ist zum Beispiel Deutsch für Deutschland. Und diese Variante wird dann eben auf der Outlet-Seite gezogen, aus dem Hub hineingerendert und seamlessly integriert. Ich habe dazu ein kleines Video vorbereitet. Das schauen wir uns einmal ganz kurz an. Also das ist jetzt der Hub. Der ist jetzt nicht so schön, sage ich gleich dazu. Aber im Prinzip das, was der Sebastian vorgezeigt hat. Ich habe auf der linken Seite den Page-Tree. In der Mitte habe ich den Preview-Bereich und auf der rechten Seite habe ich jetzt meinen Inspektor. Und ich habe jetzt hier so einen Artikel, der besteht aus mehreren Content-Elementen, YouTube-Videos, Bildergalerien und was es halt sonst noch so gibt. Und hier oben sieht man jetzt schon, dass ich hier oben mir die Variante German-Germany anschaue. Das heißt, ich könnte von diesem Artikel, könnte ich jetzt hier oben einfach über das Dropdown zu Österreich wechseln und könnte zum Beispiel Klos durch Knödel austauschen und könnte den gleichen Artikel auch für Österreich verwenden. Ich müsste nicht zwei Artikel pflegen und maintainen in meinem System. Und dann, wenn ich damit fertig bin, dann kommt das Ganze in die Outlet-Seite. Also da haben wir jetzt zum Beispiel da oben schon mal das für Pfoten 25 Jahre, für Pfoten-Logo Deutschland. Und der Rest ist eigentlich ziemlich ähnlich, aber ich habe jetzt hier noch keinen Inhalt, weil ich sehe jetzt hier nicht den eigentlichen Artikel aus dem Hub, sondern semantisch gesehen eine sogenannte Article-Reference. Das heißt, das ist einfach nur ein Container für einen Artikel, der eigentlich aus dem Hub kommt. Und jetzt holen wir uns mal den Inhalt. Das heißt, ich habe jetzt hier rechts, fangt das an? Ich habe jetzt hier rechts im Inspektor, habe ich eben einen so einen Editor, wo ich mir jetzt anhand einer Suche einfach den entsprechenden Artikel aus dem Hub hole. Streuner Katzen Hilfe in dem Fall. Ich wähle das ja aus. Jetzt habe ich eine Referenz gemacht auf das Hub-Node und wenn es jetzt refresht, zack, habe ich jetzt den kusanten Content gespiegelt von diesem Hub-Artikel in meine Outlet-Referenz. Es ist auch so, dass der Redakteur im Outlet arbeiten kann. Also für den Redakteur ist das, er sieht keinen Unterschied, ob das jetzt im Hub ist oder in der Outlet-Seite. Er kann halt genauso den Tippfehler ausbessern. Es wird dann wieder zurückgespiegelt in den Hub. Ich habe noch ein Beispiel. Ich habe dann unten Related Content, habe ich jetzt noch hinzugefügt. Und wenn wir jetzt noch einmal schauen, ist es so, dass ich ja, was ein zentrales Thema war, ist, dass die Länderorganisationen sagen, wir wollen unsere eigene Content-Struktur haben. Das heißt, wir konnten jetzt nicht einen Page-Tree machen, wo wir sagen, das ist die Struktur für alle Länder, sondern die wollten für sich entscheiden, was es ist und wo es ist und deswegen auch das System mit dem Content haben. Und das ist im Prinzip so, dass ich jetzt Steuerungselemente habe, wie hier zum Beispiel den Donation-Link, den Petition-Link, den Sponsorship-Link oder auch Newsletter-Target beziehungsweise Related Content, stelle ich dann in der Outlet-Seite ein, weil das mit dem Hub-Artikel eigentlich nichts zu tun hat. Der Hub-Artikel ist wirklich nur der Rohartikel sozusagen, der dann in einer Outlet-Seite eingebettet wird und dort noch customized werden kann. Da haben wir zum Beispiel auch eine Erweiterung entwickelt, dass ich sogar Links im Fließtext kann ich setzen und die werden dann pro Outlet-Instanz die E-A-T richtig umgebogen. Also es funktioniert sogar mit Inline-Linking sehr gut. Und da ist wirklich ganz zentral, da ist Neos wirklich top aufgestellt, weil der Unterbau mit Flow und diesem Node-System und diesen Schema-Typen, da kann man sehr, sehr gut und strukturiert Probleme also abarbeiten oder Lösungen für Probleme schaffen. Gut, also was haben wir jetzt bei diesem Projekt alles geschafft mit Neos? Wir haben uns eine Content-Strategie vorgenommen, die wir genauso umsetzen konnten, wie wir es wollten. Also wir hatten keine technischen Einschränkungen. Es gab vielleicht teilweise funktionale Einschränkungen, aber die haben wir mittels Packages, also Erweiterung dazu programmiert. Zum Beispiel diese Claiming-Functionality, das mit diesem aus dem Hub holen und so weiter. Das haben wir selber gebaut, aber das war jetzt auch keine Hexerei. Es war jetzt nicht etwas, wo man sagt, okay gut, das ist ein Task, der ist unmöglich, weil wie gesagt, der Unterbau wirklich sehr, sehr gut ist. Das Zweite, was für uns sehr wichtig war, ist Atomic Design. Das heißt, wir haben auch mit Monocle, das ist jetzt ein Living Style Guide System, das Sideguys entwickelt hat. Das ist super cool, weil da kann man sich jeden Button und jede Komponente und jeden Teaser alleinstehend anschauen und nur für diesen Teaser entwickeln. Das geht auch wieder in die Richtung, was der Sebastian vorher gesagt hat, dieser komponentenbasierte Ansatz, wo ich sage, ich habe einen Teaser und den verwende ich ja tausendmal in meinem System und oftmals habe ich, um ihn jetzt entwickeln zu können oder ändern zu können, muss ich ihn sozusagen einmal alleinstehend greifen können, damit ich weiß, der funktioniert in sich geschlossen und das lässt sich mit Neos wunderbar machen. Wie schon erwähnt, Claiming-Funktionalität haben wir selber dazu programmiert, war aber auch möglich und auf dem basierend eben einerseits den Content-Hub, der eine ganz, ganz andere Aufrolle jetzt hat im Unternehmen als die Outlet-Seite, weil im Content-Hub wird wirklich tatsächlich das Knowledge-Management gemacht, da geht es um Übersetzungsprozesse, da geht es um Themenschwerpunkte, da geht es um Struktur, wie finde ich Artikel, was macht für Pfoten eigentlich alles und so weiter und so fort und dann haben wir eben diese Outlet-Seiten, wo ein Redakteur sich das einfach claimt und zack, 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 seine Webseiten machen kann, ohne viel nachdenken zu müssen. Ja, ich habe es schon erwähnt, wir sind noch nicht fertig, wir sind momentan in einem Release-Plan, also momentan gehen alle zwei Wochen geht eine neue Outlet-Seite online. Das sind verschiedene Themen, wie zum Beispiel eine Kampagne, es war zum Beispiel wieder was in Gaza, gibt es einen Zoo, wo die Tiere verwahrlosen und die haben da die ganzen Tiere rausgeholt und da muss es halt ziemlich schnell gehen. Da macht eine Länderorganisation, sagen wir mal, Deutschland startet eine Aktion und Österreich, Schweiz und USA sagt, sie machen mit und da muss der Content so schnell wie möglich online, damit man die Awareness hat und mit Social Media schnell Druck auf das Thema zu kriegen. Später sind auch Apps angedacht für Community-Building, die dann auch aus diesem Hub gefeedet werden und ein Thema, das wir uns gerade ein bisschen auch so, muss man ganz ehrlich sagen, auch neu ist und wo ich denke, viel möglich sein wird, ist Content Analytics, also auch so ein bisschen in die Richtung zu gehen, warum ist eine Web, warum ist eine Seite eigentlich gut? Also, Neo setzt ja sehr stark auf Semantik und mit dieser Semantik kann man dann, das kann man sehr gut für Data Analytics heranziehen und sagen, ich vergleiche meine Google Analytics Zugriffe mit meinen Seitenstrukturen und sage, warum funktioniert diese Webseite eigentlich so gut oder auch nicht. Last famous words, das ist natürlich jetzt nicht ganz objektiv, aber es war die perfekte Wahl. Zentrale Themen, die uns bei diesem Projekt sehr geholfen haben, war eben die Semantik, also dieser Ansatz mit diesen No-Types und dass ich nicht sofort irgendwie pitch-pick-rot ausgraben muss und irgendwie da jetzt anfangen, mir mein eigenes Domain-Model aufzuziehen, ist wirklich sehr, sehr hilfreich, weil man viel, viel schneller arbeiten kann. Es gibt eine super API für diese Nodes und No-Types, die sehr solide ist, die man über Extensions ansprechen kann und im Prinzip kann man das ganze System über API steuern. Also, wenn man das will, kann man sagen, man macht sich externe Tools, die, wenn man sagt, ja, keine Ahnung, man braucht irgendein Tool, wo nur ein Button ist, dann kann man das über die API von Neos wunderbar integrieren und sagen, dieser Button macht dann irgendwas mit Content zum Beispiel. Sehr benutzerfreundlich, ganz, ganz wichtig, Schulungsaufwand, gerade bei so einem, bei so verteilten Redakteuren möglichst gering halten, hat uns super geholfen. Und was auch noch ganz wichtig ist, also wir arbeiten ja weiter und ich glaube, ich bin ja nicht der Einzige, ich sage immer, es ist einfacher, eine Webseite zu bauen, als sie zu warten. Also, man muss einfach schauen, dass man da immer eine gute Basis hat, dass die Updates nicht so kompliziert sind und dass man auch hinsichtlich DevOps und Continuous Integration und so weiter einfach einen super Workflow hat, damit das alles automatisch passiert, weil sonst ist man einfach viel zu langsam und kann zum Beispiel keinen Release Cycle von zwei Wochen pro Outlet-Seite mit Abstimmung, Redaktion realisieren. Ja, last but not least, die Community ist ein Wahnsinn. Also, das muss auch mal ganz laut gesagt sein, da möchte ich auch mal kurz auch ein Lob an die Jungs von Stan Sandstorm da jetzt aussprechen, die sehr, sehr viel machen und es ist wirklich eine sehr coole Community und sehr offen, sehr freundlich, sehr welcoming und wenn ihr Fragen habt, Hilfe braucht oder auch bei einem Projekt nicht weiter wisst, wir haben das auch gemacht, also wir haben bei dem Projekt auch mit zwei weiteren Firmen aus der Community zusammengearbeitet, weil es einfach von der Manpower nicht anders gegangen wäre und wo man sich auch dann Know-how einkauft oder einfach nur Unterstützung, also da gibt es viele Möglichkeiten, das ist ein sehr, sehr, sehr angenehmes Arbeiten in der Community auch. Ja, deswegen sage ich jetzt auch einmal Danke, NEOS ist ein super Projekt und es geht weiter und ich bedanke mich auch bei euch für eure Aufmerksamkeit und wenn es noch Fragen gibt, dann gleich oder später. Applaus Ja, das ist, es gibt Schulungsdokumente sozusagen, die haben wir aufgesetzt, wir haben auch schon angefangen jetzt mit Videos, wo man so eine, wo man auch im Hub selber dann so eine Training Section vielleicht einmal machen, wo verschiedene Videos sind, das war aber bis vor kurzem noch nicht die richtige Strategie, weil sich einfach noch zu viel verändert hat, also das ist ja natürlich ein sehr agiles Projekt und jetzt kommen wir langsam zu dem Level, wo wir sagen können, okay gut, wir wollen diese Basics eigentlich dann über Videos abfackeln und da ist es schon so, dass halt einfach dieses what you see is what you get nimmt ja sehr viel, ist sehr erklärungsfreundlich, sagen wir es einmal so. Gecrawled in Form von, also was, nein, der Hub wird nicht indiziert, es sind nur die Outlet-Seiten indiziert, der ist mehr oder weniger nicht online, könnte man sagen, ist so eine Art Intranet und die Outlet-Seiten werden indiziert, aber dadurch, dass wir auch über den Hub haben wir die Verbindung zu allen Outlet-Seiten und können dann auch vernünftig dieses ganzes Href-Lang-Tag-Thema und so weiter, weil es ist ein bisschen schwierig, ich kann einen Artikel haben auf einer Organisation, gleichzeitig auf einer Sanctuary und auf einer Kampagne und dann brauche ich so eine Art Fallback-System, wo ich sage, wenn es bei der Organisation nicht ist, dann ist mein Canonical sozusagen das Sanctuary, aber wenn es das Sanctuary gibt, gibt es halt ein paar Möglichkeiten, und das machen wir auch alles über den Hub. Aber online ist er nicht. Sehr gerne.